Moin Leute, was geht? Cosme, Leute, die Ereignisse überschlagen sich mit Brawl Stars und endlich ist klar, wann der Brawl Talk kommt. Und in diesem Video klären wir das und wann höchstwahrscheinlich endlich das Halloween Update kommt. Leute, seid Bestand und bleibt gerne dran. Wir klären das alles jetzt im Video. Brawl Stars hat was auf Instagram gepostet und das schauen wir uns heute alles an. Leute, zu wild und bis gleich nach dem Intro. Ciao. So Leute, das Video soll jetzt auch hier nicht ganz lang sein, es soll einfach nur ein Informationsvideo sein. Wir schauen uns jetzt das Video an, was vor, glaube ich, vor noch nicht lange gepostet wurde. Also Kommentare, I'm thinking, ja, warte mal, ja, das sind halt die Kommentare. Wir schauen uns jetzt das Video an. Leute, würde ich sagen, ab dafür und macht euch ein eigenes Bild. Und da wird jetzt auch erwähnt, wann das Update kommt. Let's go. Oh, ist ein bisschen laut, Leute. Warte mal, ich mach mal ein bisschen leiser hier. Das ist ein bisschen laut. So, machen wir. So. Perfekt. Leute, schaut es euch an, schaut es euch an. Oh mein Gott. Und jetzt. Leute, Brawl Talk Tomorrow. Das heißt, morgen kommt der Brawl Talk. Und ich denke mal, der Brawl Talk kommt morgen 10 Uhr. Der Brawl Talk kommt, glaube ich, bis, kam bisher immer 10 Uhr, 11 Uhr, oder? Ich glaube, der Brawl Talk kam bisher immer 10 Uhr oder 11 Uhr. Und ich bin echt gar spannend. Hier, ne, Brawl Talk Tomorrow. Das wollte ich euch nur mitteilen. Und ich denke mal, da morgen der Brawl Talk kommt Samstag. Das Brawl Talk kam irgendwie meistens Samstag. Kommt auch, denke ich mal, nächste Woche schon das Update. Also, sprich, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Dienstag, da kann überall das Update kommen. Ich seid gespannt, Leute. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, was im Update alles kommen wird. Ist ja das sozusagen das Halloween-Update. In Clash of Clans ist das Update schon draußen. Und ich bin, Leute, ich bin echt gehypt. Schreibt wirklich gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, was kommen wird. Was alles geschehen wird, Leute. Haut rein. Das war's schon mit dem Video. Wir können es ja nochmal jetzt kurz anschauen. Es ist jetzt nicht viel passiert im Video. Schauen wir uns mal an. Schon die Kulisse, ne? Die Kulisse finde ich schon nice. Hier mit diesen... Wie heißen die? Wie heißen die denn? Oh, keine Ahnung. Hat Kapteen und dann diese... Aber Galanten? Wie heißen die? Keine Ahnung. Diese Explosion. Ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat, dieses Video. Also, man sieht ja diese... Keine Brawl City. Keine Ahnung. Vielleicht kommt eine Stadt. Keine Ahnung. Da kommt eine Explosion. Ich weiß nicht, ob was das mit dem Update zu tun hat. Vielleicht hat es was zu tun. Vielleicht auch gar nichts. Vielleicht soll es nur die andere Kündigung sein. Gucken wir uns das nochmal an. Nice. Was sagen die Kommentare? Ah, hier. Ja, ja, das war auch die Vermutung. Okay, Fire Brawler ist maybe real. Stimmt. Der Feuer Brawler. Es soll ein Feuer Brawler kommen. Da stand ja auch die Vermutung schon. Phoenix Crow ist ja eigentlich ein Feuer Brawler. Aber es ist ja eigentlich nur ein Skin. Eigentlich ist ja Crow normaler Gift. Also, ne? Er spürt ja Gift aus. Und dieser Feuer, Phoenix Crow, ist ja eigentlich nur ein Skin. Vielleicht kommt jetzt mal ein richtiger Feuer Brawler. Oder auch Evil Gene ist ja auch so ein bisschen feurig. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, Leute. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was alles kommen wird. Ich denke, es wird auch echt ein Feuer Brawler. Haut rein in diesem Sender. Und vielleicht sehen wir uns heute Abend im Stream. Haut rein. Ciao, ciao. Und Leute, vergesst nicht zu abonnieren und zu liken, Leute. Haut rein. Ciao.